Als seine Landsleute zu sahen und zu ließen, wie ihre Soldaten Passanten erschießen, ist Brad in der Hölle der nackten Gewalt alleine dem eigenen Gewissen gefolgt. Dank Edward Snowden und Julian Assange, Chapeau et merci, Brad Manning. Asyl für Ed Snowden und Julian Assange, Freiheit für Bradley Manning. Brad hat sich nicht falschen Befehlen gebeucht und uns die Verbrechen des Krieges gezeigt. Man kann seinen Mut gar nicht hoch genug achten, wir lassen ihn nicht im Gefängnis verschmachten. Dank Edward Snowden und Julian Assange, Chapeau et merci, Brad Manning. Asyl für Ed Snowden und Julian Assange, Freiheit für Bradley Manning. Als Nelson Mandela vor jubelnden Massen nach 30 Jahren die Zelle verlassen, waren Bruder und Forster verdammt und vorbei. Obama lasst besser jetzt, Brad Manning frei. Dank Edward Snowden und Julian Assange, Chapeau et merci, Brad Manning. Asyl für Ed Snowden und Julian Assange, Freiheit für Bradley Manning. Applaus Hausverlein Applaus Applaus Vielen Dank.